Willkommen in einem Tag im Leben von Flauschi. Wir haben uns natürlich erstmal die Hunde geschnappt, denn wir hatten viele Sachen zu erledigen heute. Und zum einen mussten wir erstmal in den Baumarkt. Da sind wir dann erstmal in die Poolabteilung gegangen, weil hier ist es richtig warm, Leute. Und wir brauchen unbedingt einen Pool. Ich wollte den, aber Candy hat sich dann diesen hier ausgesucht. Das haben wir alles ins Auto eingeladen und sind mit den Hunden erstmal in den Park gegangen. Wir hatten dort auf jeden Fall richtig viel Spaß. Dann mussten wir noch einkaufen gehen, denn wir haben heute Abend eine wichtige Verabredung mit einem anderen YouTuber. Wartet doch gerne mal in den Kommentaren, wer das sein könnte. Aber wir haben jetzt erstmal alles eingepackt, sind wieder nach Hause gefahren. Und da sind wir angekommen. Ich habe erstmal das Fleisch noch ein bisschen mariniert. Lecker, lecker. Und dann hat Candy den Pool aufgebaut. Coco hat natürlich auch fleißig geholfen, denn die freut sich schon, da drin zu baden. Ich mache jetzt auf jeden Fall gleich noch einen Nudelsalat zum Grillen. Aber vorher muss ich noch kurz an den PC, denn ich muss ja dieses Short hier noch für euch fertig schneiden. So, da bin ich. Hallo. Und jetzt schneide ich das Short. Wenn euch dieser kleine Minivlog gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.